Moin Moin, hallo jetzt wieder, Carla Karl. Aus irgendeinem Grund ist mir hier auch die Tonspur abhanden gekommen. Sprich... Lara! Lara, kletter rüber! Na los! Lauf zu Roth, ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Sprich, die Hälfte der Stimme war leider aus irgendeinem Grund weg. Also irgendwo ist dann ein Fehler bei der Aufnahme geschehen. Dass halt nach 5 Minuten kein Ton mehr da war. War meine Stimme halt. Deswegen nehme ich es immer nachträglich auf. Was halt so viel heißt, ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber ich kann ja mal ein paar andere Sachen mal labern. Das ist nämlich gerade das Doom-Wochenende von Doom 4. Die Multiplayer haben wir ein bisschen angetestet. Hat viel Spaß gemacht. Leider konnte ich jetzt kein Video machen, da die Aufnahmeprogramme nicht funktioniert haben. Ich habe zwei Stück, die ich benutze, die gut funktionieren. Aber... Aber die sind halt... Beide, wenn wir starten, der Aufnahme abgestürzt als Programm nicht. Sondern das Spiel selber Doom. Geschweige, ich konnte nur das Menü aufnehmen. Das ging dann wieder. Und dann wieder, ich bin es halt nicht. Und ich will mal gucken, dass ich nochmal ein drittes Programm, ein anderes probiere. Also jetzt für Doom nicht mehr, aber allgemein. Und dann nicht auch mal wirklich alles auf die Kamera. GTA 5 ging jetzt auch nicht mit den beiden Programmen. Aber es sind auch alle zu Spiele. Als wenn bei GTA 5 weiß ich, wo es öfters Schwierigkeiten gab. Das sind unsere Leute. Sind hier noch mehr Ungläubige? Das war nämlich ein Event, was aussieht wie ein Video. Ich muss jetzt rückwärts gehen, weil jetzt gehe ich vorwärts. Man dreht sich ja um 180 Grad. Und die Steuerung... ...dreht sich auch um 180 Grad. Das wäre so ein bisschen tricky hier. Haha. Wir kriegen da im Kack Events. Aber sieht schick aus. Ich werde wahrscheinlich heute Abend noch neue Folgen aufnehmen. Damit ihr... ...dann am Sonntagabend... Ich schweige mich, wie wird der noch Sonntagabend rausgehen. Am Montagabend vielleicht, oder Dienstagabend, neue Folgen am Start hat. Wie sollte das nicht das Problem sein? Warte! Die Stürme! Es ist so gefährlich! Run! Verdammt! Und dann... ...gebt das neue Folgen. Und dann müsste er eigentlich auch bald durch sein. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich kenne ja wieder die Folie schon. Ah, schon wieder so geil runtergefallen. Das ist einfach das Ding. Hier wieder... ...dumme Idee. Man muss... ...halt... ...nach links springen. Also auf die linke Seite. Und dann kommt man auch rüber. So, ich glaube... ...hab ich es schon gecheckt? Nein, ich habe es noch nicht gecheckt. Auf jeden Fall kenne ich ja schon das Ende der Folge und weiß... ...dass es schon sehr nach... ...finales Kapitel aussieht. Da habe ich mich jetzt schon zur Seite bewegt. Habe schon gemerkt, ah, das passt nicht so ganz. Und jetzt... ...ja... ...dann kommen die mich auch rüber. Ganz links nur. Ist so ein bisschen so... ...hmmm... Hätte man auch anders lösen können. So Assassin's Creed-mäßig, dass den bewegt sich mit oder sowas. Das wäre sauber gewesen, aber... ...naja, die haben es an sich ja ganz geil gemacht. So sieht es eigentlich auch sehr schön aus, wie es hier aussieht. Wie die Bude abfackelt. Ein bisschen zu viel Drama, aber... ...naja, was soll man sagen? Muss ja Spaß machen. Was es nicht immer macht. So wie der... ...fünf Millimeter daneben gesprungen ist. Mal gucken. Ich habe gesehen, dass ich eigentlich relativ viel Platz auf der Festplatte habe. Also auf meiner zweiten. Bisher 3T-Arbeit groß. Es ist nicht so schnell vollgeschrieben. Ich will jetzt nochmal die Aufnahmen ein bisschen mehr... ...ääh... ...farbe ergeben. Halt bei der Aufnahme. Man soll vielleicht das Bild nochmal ein bisschen verbessern. Ich weiß nicht, ob man es dann wirklich sieht, den Unterschied. Aber ich hoffe es einmal mal. Weil wir halten natürlich saukool, wenn wir noch ein bisschen... ...ääh... ...grafik aufzuholen können. Das halt fürs Hochladen egal ist. Also... ...es sieht... ...bem Hochladen wird die Größe gleich sein. Aber halt die... ...Quelldatei, die ich halt umwandle, wird dann halt besser. Müsste Festplatte packen. Und die... ...ääh... ...ja, die Festplatte muss sein... ...gemerkt, dass das reicht aus gerade so. Bei Full-AD reicht es auch aus. Wenn ich jetzt mal auf 2K irgendwann wechseln werde... ...wär ich wahrscheinlich ein bisschen runtergehen müssen. Dann was, schauen wir mal. Ross! Wo bist du? Ich bin hier! Na los! Spring! Du schaffst das! Ich will mal gucken, vielleicht sogar auch... ...60 FPS aufzunehmen. Also heißt... ...das Bild wird immer ein bisschen flüssiger. Was werden wir... ...muss sehen. Also erstmal... ...eine Aufnahme machen... ...mit dem neuen Format. Wir können sie nicht zurücklassen! Und dann... ...gucken, wie viel Luft die jungen Fähler noch haben... ...zum aufnehmen. Wir können sie nicht zurücklassen! Ich hab's kaum bisher hergeschafft! Runter! Er fängt auseinander! Na los! Scheiße! Sie sind verrückt! Es geht los! Zurück auf dem Boden der Tatsachen. Lara! 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 Jetzt schon müssen wir hier mal bei jeder Aktion gleich alle sterben. Da sind sie! Nein! Nein! Ron! Ron! Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Kraft. Nein! Nein! Ist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar! Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Na ja, also... Versuch es wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, okay? Ihr versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren. Aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenn dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertraue ihm. Wir brauchen dich. Der große Mann hat Recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. So. Dann mache ich jetzt auch hier mal Ende. Und wir sehen uns dann demnächst wieder mit Lara Croft. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.